Ciao, ihr wunderschöne Mädchen, willkommen beim ersten Angry Sniper spielt hier Ching Chong Wong Wao, Sushi-Hunde-Menü in Japan. Nein, es ist Sleeping Dogs. Neues Spiel, neues Glück, weil erst sah ja das Ganze so aus. Scheißdreck ist das, wofür zahl ich denn voraus hier Geld und jetzt steht da einfach so ein weißer Kasten rum und da, haha, genau. Aber ich kotze mich doch gleich voll, oder, hey, die beiden Police Officers stehen bei nix rum. Leck mich doch am Arsch, aber jetzt dann doch so. Er rotzt ins Geld rein. Ich bin Metzger und du bist ein Fisch. Ich habe auch immer so ein Messer dabei, so ein 3 Meter Messer. Das ist so ein Deppenmesser. Und jetzt schneide ich dich, haha, ach, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, du siehst doch die blöden, geh weg. Naja, das ist bloß Licht, mein Gott, geh halt dann vom Licht weg. Yeah, ich bin Jackie Chan, wow, ja verlieren sie ihr Ziel nicht, ich wollte es eigentlich gerade entkommen lassen, Arschloch. Ich schubst dich. Yeah, geschubst und verkackt. Alter, so schön flüssig in dein Gesicht. Yeah, 3 Meter Sprung Richtung Süden, Ost, westlich. Alle Türen blinken in Japan. Ach, nicht die Polizei von Hongkong. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, es sind die bayerischen Polizisten jetzt. Schlampe ich gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße. Oh, hässliche Frau. Faster, faster, faster. So, ins Gesicht, bitch, hä? Ins Gesicht, ins Gesicht. Haha, ich kann chinesisch. Äh, ist das Goyle, nochmal? Oh, ich will den Gegenwochen stießen, schlucken. Schlucken? Was? Bam, bitch. Bam. Rippenbrech-Move. Bist du langsam? Langsam. 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 Fuck you, geh weg. Zigarettenfresser, geh mir aus dem Weg. Oh, Hintern. Ha, ich stehe im Bild, Arschloch. Oh, ist der blöd, die Kamera ist ja auch noch aus, hey, das gibt's ja nicht, hey. Oh, ich hab Hongkong-Dollar. Genau, ich geb dir 50 Euro, dann hab ich jetzt nen Kick gelernt. Oh, ich kann nen Nudeltopf kaufen. Oh, ich kann nen Nudeltopf kaufen. Die gesamte Gesundheit wiederherzustellen, genau. Und mit dem Beutel hab ich jetzt mehr Gesundheit, oder was? Ich kann halt echt nen Beutel aufnehmen. Wow, das tut mir leid. Ich hab die Frau mit nem Beutel geschlagen. Jetzt muss sie sterben, glaub ich. Arschloch. Wow, jetzt rennt mir die mal ein Schlag rein. Ich glaub, die spinne. Ja, wenn ich Schuhe, Hose und Shirt trage, hab ich mir Schaden. Ist ja klar, hab ich auch gerade. Konfuzio sagt, bevor der Herr ein dreimal kräht, hat er siebenmal geschissen. Yeah. Das ist ein Roboter, glaub ich. Moderner Killer-Roboter. Kann ich auch... What the fuck? Yes. Nee, tut mir gar nicht weh, hey. Ach, geh mir aus dem Weg, du Arschloch. Geh halt weg, jetzt. Wow, gekontert, Arschloch. Wie kann ich kontern? Achso, ich kann kontern. Einmal will ich das hier machen. Oh, jetzt. What the fuck? Yeah. Oh, ich liebe das Spiel. Das ist ein Mann. Jetzt ist das da weh. Wenn ich da was rausnehme, ist es weniger als vorher. Schau mal hier, raus auf die Straße. Und der Frau ins Gesicht schlagen. Haha. Yeah. Mal kurz hier parken. Auf der Frau. Wow. Das ist ja geil, hey. Ach so. Der hat hier so ein bisschen hier. Nee, so. Schieß mich nicht an, du Arschloch. Kann nicht schießen. Muss töten. Fuck you. Au. Wua. Fuck. Fuck you. Au. Wua. Fuck. Zweimal gestorben ist, finde ich, ein guter Schnitt. Viel Spaß. Bis zur nächsten Angry Sniper Folge in Sleeping Dogs. Jetzt steht hier gleich so ein Typ. Ich glaube, ich klau dem mal ein bisschen. Ach, das ist ein Polizeimann, der hier beschützt. Ach, das ist bloß ein Polizeimann. Ich dachte, ich muss dem irgendwie den Koffer klauen oder so. Aber ich könnte ihn ja von hinten lautlos töten. Ins Gesicht. Autoklauen, Autoklauen, Autoklauen. Oh, stirb. Oh, doch nicht. Oh, ich mach das doch bei dir, Alter. Geh weg. Nicht fesseln, nein. Ah, fuck. Okay, aber bis dann. Tschüss.